Er inszeniert seine Fantasie, Ritual, Fetischisierung, Ikonographie. Das ist seine Vision. Der Körper ist eine parafile Liebeskarte. Was heißt das? Eine Neigung zu körperlicher Lust und Fantasien und Praktiken, die von der Gesellschaft geächtet sind. Willkommen in meinem Eden, da wo die Hesperinen verderben, dieser Ort für dessen Einlass die Sektenmitglieder sterben, wo man einig ist darüber, dass Menschenwürde nichts wert ist und ich nach den schwarzen Nacken im Hexenzirkel beerdigt. Sie alle folgen mir meinen epidemischen Meeren, wo man mich, wo heiblich, als ein Erzübel verherrlicht, dir die geweihte Metterspitze ins Herz sticht. Ich nehm dein ganzes Leben auseinander und destiliere die Schmerzen in dunkelrote Glänzen, der und dickflüssige Scheiße wie den Schutzpatronen ihrer Engelsflügelchen verkleistert, dass sie von den Wolken aus ihrem Elysium fallen und meine irdischen Hallen dann als skizierte Gestalten an meine Wände genagelt mit nem sentimentalen Meme, ein Spiel vor Regimentspannen mit Zensen, Allegorien im Zwirn und epische Dramen werden Candyman sagen, wie der will, denn ich entarte sie zum David-Lyns-jartigen Psychophilm. Rethos! 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 Heute bin ich Fleisch geworden. Ich bin mit dem Solar-Batterie. Ich bin hochgradig aggressiv und die Sozial-Allergie stellt eine Haut-Funktionalität auf Atmungspassiv. Ich handel nach moralisch verwirrtem Monarchsend-Prinzip und hab statistische Gardissen in der Artillerie. Und auch hier werdet mir bald zu Knie fallen und kriechen und das Erbe meiner Wortsöpfung ritualisieren. Rethos! Rethos! Was sind mir die Geisterpforte? Rethos! Heute bin ich Fleisch geworden. Ich war gefangen hinter sieben Zwiegeln, jetzt brech ich sie alle auf. Und die Menschen dehydrieren vor mir, ich bin kalter Rauch. Rethos! Ich lass alle Zweifler verstummen. Rethos! War meine gegeißelte Lunge. Aus der Hölle auf die Erde pro Ripper der Wervus-Schein. Und die Kälterei schenkt mir Blut in meine Kälte ein. Rethos! 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 Ich war gefangen hinter sieben Zwiegeln, jetzt brech ich sie alle auf. Und die Menschen dehydrieren vor mir, ich bin kalter Rauch. Rethos! Ich lass alle Zweifler verstummen. Rethos! War meine gegeißelte Lunge. Aus der Hölle auf die Erde pro Ripper der Wervus-Schein. Und die Kälterei schenkt mir Blut in meine Kälte ein. Und die Kälte linee isdifor, wenn die immer er sich customer dauert, wie beginnt den direkten Haub Untertitelung des ZDF, 2020